So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Eastshade Folge 18. Ich bin gerade bei der Frau, die den Fisch fangen wollte, hier das Großväterschen. Und ich guck mal, ob ich die Angel benutzen kann. Mal gucken. Ich habe noch nie geangelt, keine Ahnung. Da drüben sehe ich Fische. Der Schwimmer bewegt sich kein Stück. Der Fisch ist entkommen, okay. Fiesen. Da sind jede Menge Fische. So. Hat was angewiesen. Okay, irgendwie. Kaum weist. Ich glaube, ich muss die Frau noch mal fragen, wo der Platz war. Um den alten Fisch zu fangen. Das sind ja alles nur kleine hier. Okay, lassen wir das. Oder ich guck nochmal an der Stelle. Sieht man hier irgendwo einen großen Fisch. Nein. Ähm. Großväterschen. Großväterschen. Wo bist du? Lebenselixier. Ein bitterer Fisch. Großväterschen. Ein Fisch. Im. Sing. Quasi war. Ich hab. Hat mich gebeten, den Fisch zu fangen. Ein Sandfisch. Okay. Sandfisch. Da muss ich mal kurz in das Buch gucken. Schuppen. Blaue Erlitze. Sandfisch. Ein Klage für den Kurzfahrer. Ein Fischersleutig. Hier haben die ein Großväterschen. Hier ist ein Verwüstung. Ja. Aber. Wie fange ich den Kollegen? Fangen wir mal. So einen Köder fest. Wenn der eine Plage für Boote ist, dann muss der ja. relativ weit draußen sein, oder? Nicht so sehr am Ufer. Ich hatte gehofft, dass in dem Buch steht, was der gerne frisst. bint. Hm. Äh, nichts. Ich gehe nochmal direkt, wo sie ihr Zelt hat. Oh scheiße, jetzt wird es dunkel. Angeln ist nicht, äh, ist nichts für mich. So, kommt ihr jetzt hier ran? Oh scheiße. So, jetzt müssen sie doch beißen. Der ist doch perfekt. Vielleicht habe ich den falschen Köder. Okay, äh, ich gehe mal zu ihr. Kann ich bei dir noch was erfahren? Kein Wasser. Wie kann ich die Angel ablegen? Fäder. Fisch schließen. Ah, scheiße. Na gut, ich probiere es noch mal. So. Köder festmachen. So. Fisch ist entkommen. So. Da ist angeflissen. Blaue Alize. Oh scheiße, es wird kalt. Oh Gott. Oh Gott. Ey, ich habe es doch... Ich habe es doch bis zum Lagerfeuer geschafft. Ah, Mann. Na gut. Kein Wasser. Schließen. Schließen. Na gut, dann pennen wir hier. Kein Land. Wie sieht, bekomme ich die Angel wieder weg. Toll, jetzt packt die Angel. Wenn ich mir Bilder angucke. Abbruch. Option, zurück. Nicht anwenden. Fortsetzen. Okay, wir schlafen einfach mal. Wieder bis... 5.30 Uhr. So, bitte nicht abstürzen, liebes Spiel. Es ist Nacht. Sehr gut. So, fortfahren. Und ich habe immer noch die Angel in der Hand. Okay. Und die Angel backt. Dreck. Na gut. Da renne ich jetzt einfach mit der Angel. Wieder zu der guten Frau. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe zwei Angeln. Noch ein Stock. Hops, nicht die Distel mitnehmen. Da kriege ich Ärger. So. Alles kleine, feine Wurzeln. Scheiße. Blöde Angeln geht da weg. Wo ist die Angelfrau? Boah. Wenn der Himmel wieder blau wird und die Sonne wieder scheint, nachdem... Blablablabla. Ich bin zu faul. Ich bin zu sehr mit diesen merkwürdigen Angeln beschäftigt. So, da hinten ist das Zelt. Ich schaue mal auf diese kleine Karte. Wir sind jetzt Mittlerer Turm. Hier irgendwo sehe ich den Turm nicht. Sie ist da. Okay. Lacherturm. Anikas Haus. Oh. Scheiße. Hier oben sind wir. Oh Gott. Watt will los Spiegel. Mit was Tür. Rotforst. Und dann nutze ich den Fisch als Köder. Zu blöd zum Angeln, scheiße hier. Oh Gott, sonst werden ja immer mehr angeln bei mir. Oh, das sind andere Fische. Guck mal, magt ihr blaue Elitzen? Anscheinend nicht. Probier's nochmal, ein Stück weiter hinten. Okay, scheiße. Angel, probieren wir mal den Pilz. Guck mal. Okay, den wollen die wohl auch. So, dann die Angel. Probieren wir nochmal das Ding. Scheißdreck hier. Guck mal in das Buch. Der rote... Das ist der Sandfisch. Was sind doch rote hier? Angel. Sandfisch wie Großväterschen. Guck mal. 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 noch ein bisschen nach der sonne noch schauen das wollte ich ja auch noch malen für den typen der unter der erde wohnt gott angel köder festmachen so also der ist sowas von keine plage der fisch er macht nix das sind wieder die blauen blaue fische oh gott der angel back hilfe ich habe jede menge fische äh quatsch angeln zu tief ich glaube das sind auch wieder alles nur die kleinen blauen ellitzen schließen ich bin mal ein stückchen weiter weg der will nicht anbeißen gut ich beende hier mal die folge speicher mal kurz ab belade dann neu und hoffentlich ist dann die angelroute weg tschüss ciao bei bei hier hier hier